Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daily Shop mit mir, dem Herrn Sofort und dem Herrn Gleich. Und wir bewerten heute zusammen mit dem Herrn Gleich den Daily Shop. Der Sofort und der Herr Gleich bewerten zusammen mit dem Herrn Gleich. Okay. So, wir haben heute einmal den Führer, schon gestern noch, so ne? Ja, nur gestern schon. Ja, ihr kennt das jetzt. Ich gehen mal durch. Jäger, Führer, Battleaxx, Task. Ja, dann kommen wir heute zu Flydrap. Herr Gleich, was sagen Sie denn dazu? Ja, Herr Sofort, da würde ich mal sagen, das zieht, also ich finde es halt so ein bisschen Punker mäßig, weißt du? Oder wissen Sie? Findest du das gut? Äh, Sie. Findest du das gut? Sie. Findest du das gut? Äh, ich finde das ist, also ich finde den nicht so schlecht, muss ich sagen. Äh, ich gebe dem 7 von 10. Ich gebe dem 4 von 10. Tendril. Herr Gleich, was geben Sie für eine Wettung? Herr Sofort, ich gebe dem Tendril, äh, eine, äh, drehen Sie den doch mal bitte in die andere Richtung, dass man da mal ein bisschen mehr sehen kann. Ja, gerne. So, ja, ist das nicht eine elegante, äh, elegant gewunden, äh, sie? Ich gebe dem, dem Tendril, ähm, 6 von 10. 2 von 10. Oh, den gebe ich 10 von 10. 10 von 10? Mhm. Dem Venus Flyer. Venus Fliegenfaller. Kannst du auch mal vorbeigucken. Ich gebe, äh, dem Venus Flyer, äh, 8 von 10. Dann kommen wir zum Bottom Feeder, eine, äh, Picke aus Season 1, wenn mir nicht alles läuft. Ein ziemlich heißes Picke und der gebe ich auf jeden Fall 8 von 10. Ich gebe dem Bottom Feeder, äh, 7 von 10. Okay, Cronium. Hilfe. 3 von 10. 5 von 10. Okay. Hand signals. 10 von 10. Ja. Dann. Okay. Dann kommen wir zu Battle Pass Tears, 0 von 10. Dann kommen wir zu Flux. 2 von 10. 2 von 10. 2 von 10. 3 von 10. 3 von 10. 2 von 10. Oh, das ist echt. Oh. Wo hast du denn denn? Oh, eine schöne Picke aus dem Ice Knight. Alter, die ist beim Ice Knight dabei? Ja, ja. Oh. Tja, Gott. Oh mein Gott. 2500 Opponents überleben. Also, Gegner überleben. Wo bekommst du diese schöne Picke? Ist geil. Ja. Ist echt geil. Unlockable Styles. Oh. Oh. Oh shit. Oh. 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 10.000 Opponents. Ui. Ich bin bei 2500, okay. Ist geil. Schaffe ich. Schaffe ich. Gut, okay. Ähm. Dann. Wir holen mal ein paar Skins raus. Wir brauchen... Pokemon. Wobei, bei den Pokemon sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Da passen die Bewegungen. So. Der Sound ist schlimm. Wirklich. Oha. Wie hast du den mal nicht gegeben? Ich hab den noch gar nichts gegeben. Ich würde erst mal gucken, was mal eventuell auch wieder was cooles. Bei dem willst du auch passen. Der ist total abgespaced hier. Oh mein Gott. Das ist glaube ich der erste Emote, der zu dem passt. Oh Gott. Zu dem passt das auch. Der sonst wird sich hinter Drogen stehen. Machen wir mal wieder den komischen Dings da unten. Ja diesen... JT. Nö Weihnachtsmann genau. Machen wir mal Weihnachtsmann. Machen wir den Sound Bass possum. will den unbedingt haben. Deshalb? Sondern jetzt auch schon. Das sowas wiegebaut. Ich will den Agreiche. Ja ich will den unbedingt haben. das ist echt witzig dem passt das nicht zu dem passt das überhaupt nicht immer mal rotkäppchen was haben wir noch alles bieten hier noch mal den king den kingskin was haben wir noch mit dem lebkuchenmann mit dabei sein die glühweinexpertin wieso guckt dann haben wir ja natürlich ja unseren dann haben wir unseren nur die merken viele wissen jetzt schon wenn ich mein was soll denn sagt schon wieder was heißt denn hier heute habe ich mehr und mit drei das ist eine steigerung was haben wir noch die skins gleich hat auch man den europäer wieder von pirela wieder noch mal vom pirela er sofort machen sie mal beim pirela gleich machen sie mal gleich bitte lassen sie mich einfach machen jetzt sind der passt das der passt das total Aber wir haben den besten Skin! Den besten Skin! Oh mein Gott! Scheiße! Dieser Skin ist so scheiße! Scheiße! Hier, der Skin ist so kacke! Und zwar noch... Ja, hier ist unsere Cowboy-Lady. Dann natürlich... Der Rauch-Effekt ist schon geil, ne? Ja, dann? Ja, hier unser Dark-Bomber. Wikinger-Dame. Und? Wikinger-Dame. So, was haben wir noch zur Auswahl? Oder? Was interessantes? Hier unser... Da, hier genau. Scheiße! Das sieht doch schlecht aus. Oh Gott! Oder haben wir noch unseren Schwitzer-Skin persönlich? Was? Das ist der Schwitzer-Skin? Ja! Echt? Ja! Spielen nur... So spielen die meisten Try-Hallers. Entweder damit... Woll damit! Echt, ja! Was haben wir noch? Was hätten wir denn noch an zu bieten? Oh! Was soll denn? Ja, bei dem... Sieht es auch mit den Blitzeffekten... Sieht es eigentlich ganz interessant. Das ist definitiv. Dann... Was sollen wir noch? Unser Ace! Und natürlich der Spider-King! Hilfe! Hilfe! Auch Hilfe! Krankenhaus! So! Ich denke... Jetzt sollten wir es alle... Ace hast du noch gesagt? Hast du noch gesagt? Den Ace noch, ja. Auch so eine typische Trial-Kombi. Der... Mit dem. Mit dem. Ja. Dann hast du noch... Na hier mit dem... Da hier mit dem... Schlafanzug. Der? Nein, Schlafanzug. Links... Oben einer Zeile... Links, 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 links... Da. Schlafanzug. Das ist auch kein Schlafanzug. Natürliches Schlafanzug. Und zu der passt das. Das könnte jetzt hier so... Love Parade mäßig... So... Dann hast du noch... Deine... 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 wir sind ja noch ein ding also wir haben ja noch ein nein also das war jetzt hier der flux oder auch wellengang und was ergibst du denn jetzt wenn jetzt mal die skins durch gesehen hast sechs von zehn rechte also es gab skins da sieht er besser aus aber ich finde den sound das sound ist total nervig also ich kann dem ding echt wegen dem sound tatsächlich eigentlich auch nur sechs geben sechs von zehn ich gebe selten offen im ort sechs von zehn er ist nicht ganz so schlimm wie der andere das letzte mal den fans ja gar nicht so schlecht ich würde grausam ich hätte ganz schön anhören können da jetzt mich umgebombt hier so nahe die night light dem night leid also fort ich gebe dem also fort ich gebe dem night light geben dem auch sechs von zehn